Moro die Poststelle. Haben wir Post? Wo ist denn mein Schießfach? Wo ist der Maxine Koffer? Wie sind so ein Schiff? Ich sehe es nicht. Abgangsetzt wird er wählt, jetzt kannst du auch solche coolen Sachen im Chat machen wie Abstimme oder Verhersagen bei zweiten Kammern mit Kanalpunkten Gamble. Ja, ich lasse mich ein, wenn ich mal Zeit habe. Ganz neun Extras. Warum ist es hübsch? Hübsch gestaltet. Wo ist eigentlich mein Büro? Fahrrad gemeldet. Ist das ein... ...Penguin-Head in den Spanchen? ...Penguin-Kopf? Ich weiß ja, dass ich abstrakte Kunst mal war. Ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen so ein Scrap. Extrap, genau. Abstrakt. Wo ist da denn bitte schon ein Pinguin-Kopf? Ich habe eine Frage. Wo ist mein Büro? Die Flyer. Cancel. Schade. Ich war so glücklich, dass ich durch den St. Nick schrivelten Mutant-Sidekick bin. Okay, dann haben wir uns jetzt überall angeguckt. Umgeguckt. Angeguckt. Umgeguckt. Ach, ihr wisst. Was ich meine. Oder nur. So, dann können wir ja mit der Story weitermachen, ne? Da gibt's... Links da auch rechts bei... Ach, na, das haben wir jetzt schon mal gesehen. Ah, kurze Gedächtnis. Ja. Auf in die Verwaltung. Okay, Yasmin's office is down the hall. Ich werde zeitnah über Safi's Tod berichten, wenn Einzelheiten bekannt gegeben werden. Falls du sie gekannt hast, schicke mir eine DM. Kann die erste Episode kaum abwarten, bin jetzt schon gespannt. Was hast du damit vor, Loretta? Schick mir eine E-Mail, um die Angemessenheit dieses Projekts zu besprechen. Ich weiß, die Besorgung ist zu schätzen, aber GT-Clue ist ein persönliches Projekt. Keine Kunstarbeit. Äh, Kursarbeit. Toll, zu weit im Deck ausgebreitet. Ah, da komme ich wieder schnell nach oben. So. Ich schreibe etwas und es ist eher was Persönliches. Aber es macht mir auch Angst. Lohnt es sich, es überhaupt abzuschließen? Aber ja. Klappe, deine Meinung kenne ich doch schon. Alles über mich sollte veröffentlicht werden. Und noch einmal. Das Gedicht dreht sich nicht um dich. Du kommst darin vor, aber es dreht sich nicht um dich. Na klar. Vagus Professor Colmenero sagt immer, wenn es dich in eine unerwartete Richtung führt, ist es die richtige Richtung. Alter, scheiß auf den Typen. Nicht, wenn du damit deine Noten riskierst. Es ist etwas Persönliches. Das ist viel wichtiger. Das sagst du jetzt. Ich verspreche mich heute. Am laufende Band. Wie immer. Wodka Werbung auf der Arbeit. Sollen wir das was sagen? Denke Wodka. Jebe bunter. Noch mehr Anschlag Tafel. Danke für nichts, Caledon Campus Security. Wow. Ist das ein Student Literary Mag? Oder ein Lucas Colmenero Fanzine? Aufruf der Beiträge aus der Feder Kunst und Literatur Magazin der Caledon Universität. Editor Lucas Colmenero, Professor und Fakultätsleiter für Literatur. Wir akzeptieren Fiktion, Sachbeiträge, Gedichte und Kunst bis zum 1. Januar. Steht ein Studenten unabhängig vom Hauptfach offen. Was ist der Sinn einer Stimme, wenn sie ewig schweigt? Fragen und Beiträge an Austerfelder at Caledon Uni. Ist das nicht Fanta? Trinke Fanta. Werde Wunder. Danke. Jetzt muss ich Schleichwerbung machen. Danke. Produktplatzierung ungewollt im Chat. Wunderschöne Verbrauch. Schatz. Hat sich wohl eine Heilung auf den Mitteln des Vernur, Versammlung gefunden. Ich denke, dass Braxis noch mehr Geld zu 밟ieren, wenn die Küche zu verabschieden sind. Muss man das echtes klären? Bin geschon. So oft wie Abraxas genannt wird. Ob ich das so fühle, dass die dahinter stecken könnten? Hochanzählen. Ein Weg voll von zu Hause. Stufe und Erhaltungen ansehen. Publikationen von Fakultätsmitgliedern. Boah, hier jetzt sitzen, im Winter, im heißen Kakao. Etwas. Mag ich. Hot Stil. Die Wüste. Die Wüste. Die Wüste. Gretchen Kostow, Schuljahr 1964. Gretchen war ein Mitglied der ersten gemischten Klasse und bereitete den Weg für Callions Liga für die Gleichberechtigung von Frauen, den Callion Salah und andere Initiativen, die Callion heute noch zu einem großartigen Ort für Studenten macht. Gretchen von der großen Pause. Empfohlene Bücher. Über die Ferien geschlossen. Gedenktafel für Safi. Lebe wohl, wir werden nicht weinen, weil du fort bist. Wir werden lächeln, weil du gelebt hast. Dein Leben war ein Segen und die Erinnerung an dich ist eine Kostbarkeit. Deine Werke werden in den kommenden Jahrzehnten viele Leben beeinflussen, Wort aber niemals vergessen. Mir tut das alles zu leid. Ich werde mich von jetzt an bessern. Warum sind es immer die Guten? Dieser Ort wird ohne dich nicht derselbe sein. Wir haben dich geliebt und werden dich sehr vermissen. Wir lieben dich, Safi. Max, du musst auch was schreiben. Ich werde dich nie vergessen. Warte, wie ein Kombopreker zu sein. Kampushof. Das ist der andere Eingang. So, dann sind wir jetzt hier. Magazin. Lederstuhl ansehen. Lederstuhl ansehen für Yasmin ist eine Luxurie-Erfahrung. Sie gibt mir wirklich die kostenlosen Fahrradfahrzeuge-Vibes. Finn Lang. Total Mysterie. Welcher Titel ist Administrativ-Assistent? Und Todi schlägt mein Ratter ab. Howdy, Vin. Howdy. Howdy. Let me guess. She texted you to come see her. I keep telling her to send all comms through me, but sometimes she goes rogue. How dare she use her phone without your permission? I keep telling her to send her to her. I keep telling her to send her to her. You think this is an easy gig? Kahuna's got a social calendar like a TikTok influencer. I'm sorry. Kahuna? That's borderline adorable. I'm sorry about Safi. Thanks. Me too. She and I had our issues, but she was an amazing person and we're all gonna miss her. Ist das Verwaschene jetzt vom Spiel so gewollt gewesen, dass es gar so komisch aussah? Was für Probleme? Issues? What could the two of you have to fight about? I got between Safi and her mom constantly. Could you blame her for hating my ass? It's good you're here. She's... Well, she's about like you'd guess. I don't know what I can do. Are you kidding? She's obsessed with you. I'm a little jealous, actually. See, I only like favoritism when I'm the one who's favored. Why does that not surprise me? Well, she's got somebody with her now, so it'll be a few. Or if you're dying for stimulation, I've got a package waiting for me down the hall. You're welcome to get it for me. Does your Beneficence know no bounds? Fuck! You gotta be kidding me! Sounds like someone else needs my help. Aber so viel zu tun. Have fun. Vins Paket finden. Postkiste ansehen. This must have the package, which Vin was worried about. I could bring it to him. No, we're a little so nice. Aha. So, jetzt muss ich aber quenfen. Dr. Gwen Hunter. She was Safi's mentor for a long time. Was she the one I heard from down the hall? Maybe I can help. Gwen? All good? Uh, Max. I, uh... So... I'm a hugger. Um... Are you a hugger? I'm a hugger. I'm a hugger. I'm a hugger. I'm a hugger. As a matter of fact. Bring it in. Is there anything you need, or that I can do for you? Actually, I was hoping to give you a hand. You sounded like you could use it. Oh. Right. I came in here to pick up a book, but lo and behold, some genius locked it up. Oh, hey, you're like the, uh, breaking and entering queen, right? Think you can get past this lock? So that's what everybody thinks of me? The home invader? Bad reputation twins. Hmm. Boom. Bad reputation twins. Bad reputation. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. What is the... Expensive display. Cheap lock. You love to see it. Anything skinny and curved ought to do the trick. Erweite deinen Horizont mit dieser journey-übergreifenden Aufsatzsammlung. Die gefeierte online ist sie jetzt in... Agustina Nadi hat in dieser exklusiven Sammlung neue und experimentelle Werke zusammengetragen, die Memoiren mit Fiktion vermischen, damit der Leser infrage stellt, wo ihr echtes Leben ändert und ihr imaginäres Leben beginnt. Du findest mich in Regal 12. Erweite deinen Riespielerlebnis? Erweite den Körner und diese Regalcaten. See, now I feel like a slacker. This copy might be locked in the case, but it looks like I can grab Gwyn another one from the library. I got it. Got to save Gutsworth. You must be 1. B5. B6. Okay. Ansehen. Definitive. Gwen? I found another copy of your book in the stacks. Will that work instead? Oh, uh, thanks Max. It's just, uh... Well, it's just the one in the case is the 10th anniversary edition. It has a new introduction from the author. Hey, you did the one in the case? You got it. I got it. The pen looks like a little. Oh, I got it. I got it. I got it. hier was irgendwas hier rumliegt nicht da vorne nein für heute diese Pinn sieht aus wie die richtige Größe für Gwen's Lock aber es braucht mehr eine Kurve in es hier haben wir irgendwas körfiges für mich? nein? ok ich hör mal gegenüber noch vielleicht ist der hier irgendwo eine Schere? die sind zu tief, um diesen Lock in der Bibliothek zu wählen ist es wunderschön, dass ich das auf einen Blick weiß? kann ich vielleicht ja aus? ich sollte nicht mit diesem Paket für Gwen ja, ich geb dir schon mal das Paket in der Hoffnung, dass nicht der andere Storytile getriggert hier geht's ich habe dir die Reise saved was ist das? nicht sagen wir, wir sind Freunde oder mehr ist das? flirkt ihr flirkt? beruhig dich komm mal, ein bisschen flirkt da auch noch oh, Freunde zumindest vielleicht mit ein paar Vorteile vielleicht mit ein paar Vorteile wunsch was ich bestimmte? Hahaha. Gut. Was willst du? Was ich... Ich will? Natürlich. Nichts ist frei. Zumindest nicht wenn du bist du smart. Also, was willst du? Nichts jetzt, aber... Du magst mir. Ein favoror. D送 auf dem Weg. Du fährst ein hartes Bargain-Kaufheel. Aber ich mag es. Du bist voll mit Überraschen. Untersuchen? Brauchen wir Flächen dafür? Das ist eigentlich perfekt. So, wir brechen jetzt die Ventrainer auf. Läuft doch. Unser Ruf. Das ist einfach. Das ist einfach. Das ist einfach. Das ist einfach. Ein Lebenssicherer. Ja, ich sollte das wahrscheinlich selbst herausfinden. Aber, äh... Hey, was kannst du tun? Wir sind alle in der Moment. Warum geht das in dem Buch? Ich hoffe, das Buch war all diese Probleme. Was ist das? Oh, das ist ein kleines Geheimnis. Das ist die Autorin. Das ist die Autorin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sofie hat dir schon mal die Manuskripten? Sie hatte doch ein Geheimnis. Sie war glücklich über etwas. Aber sie würde uns nicht erzählen, was es war. Typisch Sofie. Ja, Gott. Das Mädchen und ihre fucking secrets. Danke nochmal für die Hilfe. Und nicht ein Verrückter, okay? Meine Tür ist immer öblich. Danke. Du auch. Okay, jetzt können wir in Jasmins Büro gehen. Ja, das hätte ich gar nicht verpassen können. Hey, Max. Moses, ich... Jasmin ist für dich erwartet. Okay. Are you okay? I've been... Can it wait? I'm like... a husk right now. I... I need a minute. Yeah. Sure. Meet me in a fab cafe. Grab a hot chocolate and... I'll find you when I'm done. I can do that. Yeah. I am telling you to do your job. You're a parent, Chief Banks. Surely you... Of course. Yes. Please. Anything you learn. Yes. Goodbye. That was the Lakeport Police Chief. Overconfident and... Underqualified. The police is not lost. They must be guilty. They must be guilty. Sometimes they must be guilty. Give them a chance. I'm sure they're doing their best. This is their best? What a horrifying thought. Let me ask you something. Be honest with me. Safi and I weren't always so close. Things used to be... Difficult. Did she tell you that? I don't know if she ever said it in so many words, but... I kind of gathered that... You two... Didn't always get along. Was it so obvious? Pity. I'm sorry you were exposed to that side of our relationship. So... What's your question? Despite everything they have found... The police have still not ruled out suicide as the cause of death. Maxine... You and Safiya were friends. She told you things she wouldn't tell me. Is there any reason to think she may have taken her own life? Nope. If I can fire yourself... What about your goheimness? Safi would never have hurt herself... Or anybody else. It's not who she is. That's what I believe as well. But sometimes... The people closest to us are capable of... Hiding their own pain. She was fine the last I saw her. She was excited about the future. And that's how I will choose to remember her. Happy... And hopeful. I'm sorry. I wish I could have done more. You've done enough, Maxine. Thank you. Oh... Before you go... You need a picture of Safiya for the memorial materials. Would you mind taking a look and choosing your favorite? Sure.